Muss ich nachher mal googeln. Ist aber nicht der Idiot, der immer alle mit dem Regenschirm schlägt. Mit dem Regenschirm? Da gab es auch mal so einen, der hat... Okay. Irgendwie alle immer mit dem Regenschirm gehauen. Auch so ein Spastiger Adelicher das. Aber der Typ, der ist nicht Adelich, der hat... Der hat glaube ich nur seinen Namen so umbenannt. Achso. Achso, ne, da kenne ich den nicht. Das wäre noch schöner, wenn der ein Adelicher wäre. Ja, man weiß es ja nie. Das habe ich nicht auch für Affenzahn. Für affenartige Geschwindigkeit jetzt auflager. Kommt nur so schnell vor, grad. Das liegt an dem Joghurt. Ich habe ja einen übelsten Boost. Was? Hast du diese Eigenschaft bei voller Ausdauer, dass du länger rennen kannst? Nö. Okay. Ich habe sie zwar getroffen. Ja. Das war ein Meister auf der Wurf. Spieler? Nee. Da sind noch Namen. Ich wäre fast reingerannt. Hast du die Leuchtpistole noch nicht freigespielt? Ähm. Doch, denke schon. Aber du nimmst lieber die Flares mit drin. Ja. Weil die kann ich gleich hintereinander werfen. Die Leuchtpistole muss erst nachladen. Ja, das stimmt. Alter Junge, war das ein Marathonläufer oder was? Wie in der Ägel dann. Ja, aber ewig. Und schnell. Dicke Panzer, oder? Nee, so ein Zombie. Wahrscheinlich hat er auch so einen... Oh. Geschwindigkeitsboost. Ja. Das war weg. Die waren noch nicht auf dem Grundstück komplett, oder? Nee. Ich glaube, die kommen gerade von Hamlock und Halt rüber. Liegt ein scheiß Pferd. Ich glaube, ich hätte Schritte gehört. Ich glaube, ich hätte Schritte gehört. Ja. Dieser muss noch nicht in das, was ich hätte. Ja. Nein. Ja. 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 Ja, hier vorne. Geh bei mir. Habe ich? Ja, ich hab gesehen. Da hinten. Da hinter dem Baum. Ich muss weg. Der Gebranzer ist hinter mir. Ein Hit. Pass auf, nicht abkratzen. Oh fuck, jetzt kommen Hunde, Alter. Lauf, lauf, lauf. Ich muss mich erstmal heilen. Ich komme so schnell ich kann. Digger, was ein Lack, Alter. Jo, ich bin da. Kratz gleich ab. Oh shit, Mann. Was will der Kröter denn jetzt noch? Knallen ab, knallen ab, knallen ab. Ich hab ihn. Hier ist auch ein Medi-Kit. Ja, also ich bin geheilt. Okay, ich bin ein Jahr doch falsch. Bis später raus. Mhm. Dein Partner war irgendwo da, aber ich glaube, der ist jetzt rotiert. Ach nee, der ist immer noch da. Der ist weiter links. Da. Nee, da jetzt. Ah, okay. Da im Gebüsch. Jetzt rechts vom Gebüsch. Also immer da. Okay. Hab nicht. Hast du was geworfen? Nee, er. Er hat gedacht, ich komme zu ihm rübergeraden. Alter, der rennt zum Gefängnis. Der sitzt hinten an der Gefängnismauer. Ach so. Ich hab den Hubsfinger da hinten gejubelt. Hast du seinen Partner schon gedootet? Nee. Mal bis einfach erst mal hinterher. Mhm. Oh. Hörst du was? Ja. Welche Richtung? Ich glaube, es ist da. Hauptsache mal ruhig. Ja, jetzt höre ich auch, glaube ich, das Steps. Ja. Da, genau vor dir. Scheiße, hat mich ungelegt. Aber er hat einen Hit kassiert. Fuck. Fuck. Mist. Da hat sich's ausgetanzt. Der konnte sich nicht mehr heilen. Endlich. Danke. Bitte. Ey, wenn du da hinten reingehst, da unten, da ist ein Medikid, kannst dich heilen. Ah, sehr gut. Kann ich auch mal seinen Partner jetzt erstmal looten. Ja. Ey, aber den hätten wir eben easy haben müssen. Ja. Er stand vor mir, ich hab ihm auch nicht den Hedgehog verpassen können. Ich hab ihn bloß irgendwie gehittet. Na. Sehr schön. Medikid, prima. Wir gehen jetzt so Richtung vor Ort, da zu dem Versorgungswagen noch, oder? Wartener Partner hier, den hab ich doch. im Wasser weiter hier drüben. Ach so, ja. Hier sind die Balken, da bin ich ja drum herum getänzelt. Da muss er hier irgendwo, ja. Alter, die Blitzbombe kannst du ja voll dann in der Hand halten. Ach so? Ja, guck, ich halt die schon über 10 Sekunden. Krass. Nicht, dass du jetzt in die Luft fliegst? Nö, anscheinend nicht. Ich finde den scheiß Partner nicht, Alter. Machst du weiter da drüben? Noch weiter da drüben? Ja. Ah, hier ist liegende Waffen. Der liegt ungefähr da. Ja, Sparks eigentlich. Eine Sparks. Komm ich natürlich hin? Nee. Aber hier läuft, Junge. Wie Olympionique. Der Sperrwerfer oder sowas. Ja. Martin Jairé mit zwei Schuss. Die hat mir seine Munition gekrallt. Sehr gut. Da braucht die eh nicht mehr. Hast du ihn geschossen? Nee, das ist Speedball. Pass auf, da ist ein Rahmen. Ja, hier drüben bei dem Turm. Linke Seite. Wow. Sind sie gerade vorbeigerannt. Da auf dem Steg. Da eine versteckt sich da gerade. Oh, ey. Hab einen Hit. Trifft er mich sogar. Ja, mit seiner Spielzeugpistole. So. So. Dann haben wir jetzt unsere Enten aufgeschreckt. Alter, hier sind Wasserteufel. Die gehen aber weiter, wie es am Schiff auszieht. Hier Versorgungsbox und Munition. Ja, Munition. Das andere, ich hab Dynamit ohne Ende. Ja, die sind weitergegangen. Die haben den Hundezwinger in den Kramp gesteckt. Aber der hat dich mit seiner Winfield gehittet, oder? Ja. Blöde, dass du noch Ausdauer hattest. Ja. Ja. Alter, wo ist das? Keine Ahnung. Ich glaub, Eisenhütte da hinten. Ja, da geht es super. Wie viele von diesen Mistviechern liegen denn hier auf der Zerstrecksstraße? Aber pass auf, ich glaub, hier könnten noch die Typen sein, die wir gerade getroffen haben. Mhm. Und nicht nur den Hinweis holen. Ja. Hast du gerade Sicht gemacht? Ja. Don't give me your last one. Na, Eisenhütte. Hey, war krass. Wir sind schon zwölf Minuten hier und keiner hat den Boss jetzt fertig gemacht. Hm. Okay. Ja. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was wollte er damit, Junge? Geht mit der Bernfahle spazieren. Hier vorne liegt noch ein Toter rum, aber wir müssen mal auf seinen Partner warten. Ich kann ihn anzünden, wenn du willst. Aber fuckle ab. Das gibt schöne fette Brandnarben. Das ist ein Toter rum. Das ist ein Toter rum. Das ist ein Toter rum. Das war schon ausgebrannt. Ja, ich sehe es nicht von hier. Also er fackelt nicht mehr. Ja, dann ist er fertig. So gut durch, sagst du. Ja. Ja. Ja, das Post-Symbol des Zweis. Hm. Hier drin liegt noch einer. Ach so. Na, Flink. Das war vielleicht der von vorhin. Und hier liegt noch einer. Und hier liegt noch einer. Der hat die letzte Böe und der hat die silberne Scheigelämpfe. Aha. Der Wind fehlt Flink. Dann nehme ich die doch glatt. Nee, dann hat der Typ wahrscheinlich Silber gespielt und hat die beiden fertig gemacht. Mit einer Romero. Oh, letzte Böe. Schön. Ja, moin. 61 Meter. Hat sie? Ja. Park, Scharf, Schütze, Knochendoktor. 61 Meter. Hey, ich wollte gerade zum Bus reingehen. Gebt ihr mir einfach ein, ey, da. Ich sehe ihn. Ja. Sauber. Vielleicht haben wir... Hast du seinen Partner davor umgebracht? Das kann sein. Hast du zusammengegangen? Danke. Bitte. Wollen wir looten oder abwaggen irgendwie? Ja. Ich habe den Laterne. Aber erst mal looten, oder? Mhm. Ah, hier ist ein Medik. Perfekt. Was war das? Da war eine Stolperfalle. Scheiße. Alter. Zum Glück habe ich mich voll geeinigt. Ja. Fick die Hände. Wir müssen den Post machen. Also da drinnen, Mats. Danke. Hab ich mich erschrocken, Alter. Ich mich auch. Ich wäre fast mit zu früh gegangen. Hä? Hier drinnen ist ein Medik. Ach, da auf der Erde. Alter. Junge. Junge. Was ein Schock. Aber sowas von alter Schwede. Soll ich den nochmal, lass mal, lass mal liegen, ja? Du musst ihn leider alleine fertig machen. Ich habe da noch 75 HP. Ach, stimmt. Du bist vorhin schon mal, ja. Das Schlechte ist, die Balken sind genau falschrum sortiert. Also kriege ich bloß 50 zurück. Ärgerlich. Ich kann ja nochmal das Symbol im Auge behalten. Ja. Ah, hier ist ein Schock. Das ist auch gut. Ich muss immer noch weiss. Los, Brot. Echt? Mhm. Scheiße, dann hat der doch noch einen Partner. Das ist gar nicht so geil. Das muss ich doch erst um den Typen kümmern sein. Mhm. Mist, ich habe nur 75 HP. Ja. Komm, noch ein Hit. Ja, sehr schön. Sehr gut. Und wie viel hast du jetzt? Äh, 125. Das ist doch schon mal besser. Ja, auf jeden Fall. Hier vorne höre ich was bei mir. Hier oben. Ah, fuck, der ist schon drinnen. Scheiße, Mann. Ich habe seinen Partner. Er ist drinnen bei mir. Fuck er dich ab. Da ist er. Musik Ja, Mann. Achtung, in den ach scheiß hey so scheiß ähm splitterbombe oder? das Schwarmbombe hat mich auch mir umgebracht aber die splitterbombe hat mich verletzt ja und dann noch das scheinbar und sein partner war das der Knochenbüttel? ne das sah genauso aus wie der ok man muss nochmal völlig einfach nicht nein ja nicht geht's